Am Freitag beginnt die Rückrunde mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Der Rekordmeister ist direkt gefordert und darf sich keine Ausrutscher mehr leisten, will man Borussia Dortmund im Kampf um den Titel nochmal nervös machen. Ein Sieg ist daher für das Team von Niko Kovac Pflicht. Allerdings ist auch die TSG gewarnt und möchte weiter Punkte im Kampf um das internationale Geschäft einfahren. Ein heißes Duell zum Auftakt Mitte Januar im eisigen Winter. Die wichtigsten Infos zur Begegnung gibt es hier zusammengefasst. Das ZDF zeigt den Rückrundenauftakt live im FreeTV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr aus der Prezoro Arena. Eurosport übertragt wie immer die Freitagspartie live und in voller Länge. 40 Minuten nach Abpfiff sind wie immer die Highlights der Partie auf der Streaming-Plattform Dazon verfügbar. Niko Kovac will nach der Pause neu angreifen. Die TSG hat seit 8 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Den letzten Sieg gab es am 10. November daheim gegen den FC Augsburg. Danach gab es 6 Unentschieden und 2 Niederlagen. Diese allerdings in der Königsklasse. Dadurch hängen die Sinsheime auf Rang 7 in der Tabelle fest. In der Winterpause war es ruhig um das Team von Julian Nagelsmann, weshalb schwer einzuschätzen ist, wo die Kreichgauer nach der Pause stehen. Das Team von Niko Kovac konnte sich einen ersten Titel beim Telekom Cup in Düsseldorf am vergangenen Sonntag sichern. Allerdings gelang dem Rekordmeister kein Tor aus dem Spiel heraus. Ansonsten war man vor der Pause wieder in der Spur, als man die letzten 5 Bundesliga-Partien allesamt für sich entscheiden konnte. Allerdings sollten die Bayern gewarnt sein. Zuletzt kassierte man in Hoffenheim eine 0 zu 2 Niederlage. Es verspricht, ein heißer Tanz im neu benannten Stadion namens Prezoro Arena zu werden. Julian Nagelsmann will zum Abschluss mit der TSG ins europäische Geschäft einziehen. Niko Kovac will den BVB unter Druck setzen. Gut möglich, dass beide Mannschaften den Weg nach vorne suchen und mit offenem Visier spielen werden.